DW Deutsch lernen mit Nachrichten Montag, 8. Februar 2021, 9 Uhr in Deutschland. Südafrika wartet mit Impfungen mit AstraZeneca-Mittel. Südafrika wird den Einsatz des Impfstoffes des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca aussetzen, solange Wissenschaftler noch über die beste Verwendung der Arznei beraten. Südafrika wird den Einsatz des Impfstoffes des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca aussetzen, solange Wissenschaftler noch über die beste Verwendung der Arznei beraten. Südafrika wird den Einsatz des Impfstoffes des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca aussetzen, solange Wissenschaftler noch über die beste Verwendung der Arznei beraten. Das kündigte Gesundheitsminister Svely Minkise an. Das kündigte Gesundheitsminister Svely Minkise an. Das kündigte Gesundheitsminister Svely Minkise an. Zuvor hatte das Unternehmen eingeräumt, der Impfstoff biete nur begrenzten Schutz bei einer mild verlaufenden Infektion mit der südafrikanischen Variante des Virus. Zuvor hatte das Unternehmen eingeräumt, der Impfstoff biete nur begrenzten Schutz bei einer mild verlaufenden Infektion mit der südafrikanischen Variante des Virus. Zuvor hatte das Unternehmen eingeräumt, der Impfstoff biete nur begrenzten Schutz bei einer mild verlaufenden Infektion mit der südafrikanischen Variante des Virus. Die Impfstoff biete nur begrenzten Schutz bei einer milden 아이